Wir gehen rein in das legendäre Spiel, ich bin gesp... ...darnt. Ähm... Okay, aber wow, was ist das für eine Empfindlichkeit? Ähm, ne? 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 Okay. Ähm, wir müssen noch Quali kurz runterstellen. Auf Medium, auf Lock. So. Okay, lagts bei irgendwem? Nein, oder? Hier läuft alles flüssig, oder? Wieso bin ich so klein in dem Spiel? Ach, weil ich geduckt bin. Lagts, chat, lagts, oder geht's? Es geht, oder? Ja, September, also lass dein Subter, dann habt ihr auch keine Werbung mehr. Ja, das geht? Okay, sehr gut. Okay, lass mich hier. J-Horn, hier are your tasks. Do it in the order I put it, and only when you don't have any customers. Put the horror movies on the shelf. Sweep stains from the floor. Throw the trash from downstairs. Clean the graffiti on... Put the horror movies on the shelf. Okay. Aber... Wo denn? Anna, wohin geht die Tür? Okay. Okay, wir checken mal die Lage ab. Was sollte Jim? Natürlich, natürlich. Okay, wir haben gerade keine Customers. Also sollten wir es eigentlich so machen, wie die... Wie der Zettel es sagt. Ah, hier. Horror Movies. Ah, jetzt muss ich das zu Horror Movies bringen, oder was? Ah, okay. Okay, okay. Ach, das sind alles Horror Movies. Okay. Okay. Okay, und jetzt? Sweep stains from the floor. Okay, okay. Also wir müssen... Irgendwas auf dem Boden sauber machen. Aber... Ah, wir haben einen Customer. Kommen Sie rein, Sir. Kommen Sie rein. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, Sir. Kommen Sie. Was ist denn mit... Warum kommt der nicht? Sir? Tja, wie sieht der aus? Jim Mellow, dein Lieblings-Streamer. Das ist neuernd. Okay, 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 Sir. Irgendwann, konzentrier dich kurz. Teilt den live auf TikTok und teilt mein neuestes Video. Lasst Liebe da. Kuss, 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 kuss. Kuss. Aha, aha, aha. Okay, wir warten jetzt auf unseren Brie mit Vollbart und Brille. Aber er kommt nicht. Was macht er denn? Was macht er denn? Ich muss auch den Boden irgendwie sauber machen. Will der was kaufen oder nicht? Sir, kann ich Ihnen helfen? Was hat er für ein Läschen-Bad? So von Seite hat er nicht mehr. Okay, okay, wir schauen, wir schauen. Kommen Sie, kommen Sie zu mir, kommen Sie zu mir, Sir. Kommen Sie zu mir. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Good night, boy. I want to rent this tape. Oh, the elevator ist gut. Good evening, Sir. Das ist 3 Dollar, please. Alright, keep the change. See you later. Danke, Sir. Danke. Auf Wiedersehen, Sir. Viel Spaß mit dem Film. Jeffrey Dahmer einfach. Ernst, Digga. Was geht, Kübra? Was ab, was ab, was ab? Okay. Okay, so. So, jetzt den Boden sauber machen mit irgendwas. Kann ich damit? Ja, mit dem Broom. Ich sag doch. So, schön den Boden sauber machen. Und fertig. Super. Als nächstes, throw the trash from down. Jason. Jason. Das reicht, okay? Das reicht. Ich mach das bald alles auf Bits. Dann müsst ihr für alles bezahlen. Ich hab schon wieder einen neuen Kunden, ja. Amjus. Amjus. Amjus, Amjus. Ja, danke für das Teilen vom Live. Teilen den Live. Küs, 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 küs. Was machst du mit mir? Das war doch nicht ich! Xen! Keine Chance Jam, hast recht Rico. Versteckt das Ort. Okay. Boah, ein Action-Movie! Der ist ja deutsch! Polizei, schaut mal, der ist deutsch! Der ist deutsch! Hä? Wie cool! Kommen Sie, Officer! Hallo, Officer! Oh, Endless Days! Ähm, 5 Dollar, Sir! Danke, Sir! Auf Wiedersehen, okay? Ich muss den Müll rausbringen jetzt. Ist das der Müll? Wo ist hier Müll? Hinten irgendwo Müll? Hier ist ein Mülleimer. Hallo, Officer. Ah, hier ist ne Tür! Ah, hier geht's in den Keller! Aha! Ich dachte auch, der holt vielleicht Gay Joran. Wiedersehen, Officer! Alter, wie viel Müll, ja! Tja, wie fett der. Deine Motz Kings natürlich... Normal, Alter, normal. So. 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 Und die letzte Müll. Okay. Okay, okay, so. Gleich wird Jumpscare, ach was, ach was. Selbst wenn, wir haben keine Angst vor so etwas. Das ist nur für Kinder. Clean the graffiti on the outside walls. Ich glaube, wir kriegen jetzt eher einen neuen Kunden gleich, oder? Ah! Hallo, Sir! Kommen Sie, kommen Sie in meinen Laden, kommen Sie in meinen Laden. Kommen Sie in meinen Laden. Kommen Sie in meinen Laden, Laden, kommen Sie in meinen Laden. Kommen Sie, Sir, kommen Sie. Kommen Sie, Sir. Dicke, was haben Sie für Beine, oder? Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Was brauchen Sie heute für einen Film? Was suchen Sie? Suchen Sie einen Erwachsenen-Schmuddel-Film oder Comedy-Film? Kevin Hart und The Rock? Adventure-Movies, so Tarzan. Oh, Sie wollen gar nichts kaufen. Ja, hallo? Please, I need to use the bathroom urgently. All right, Sir, feel free. Ach, Sie müssen kacken. Der hat Dings gegessen, Hotchip. Tamam, Sir, gehen Sie kacken. Harte. Aber wo ist denn die Toilette? Öh, warum? Weißt du, hier drüben? Oh, nein, nein, bitte, bitte nicht furzen wieder, bitte. Bitte. Bitte furzen Sie nicht, Sir. Bitte nicht in meinem Laden. Bitte nicht, bitte nicht, bitte, 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 bitte. Bitte. Nein. Ja, tamam, 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 fuck this fat guy is going to ruin the bathroom. Digga, hey, I'm for you. Schau mal, du hast die Fliegen nicht hergebracht. Schäbst du dich nicht? Schäbst du dich nicht? Einfach, und er geht einfach. Lass wenigstens 5 Euro da oder so. Wie soll ich denn jetzt die Toilette sauber machen? Gibt es irgendwas im Keller, was ich benutzen kann? Wie sagt ihr nicht die Toilette hier unten benutzt? Digga, voll schön hier unten, na? Boah, hab ich mich gerade erschrocken, na? Alltag ist nicht, Projekter. Ich höre voll schön hier unten. Ich meine, das ist wirklich ernst gesagt, voll schön hier. Diese Einrichtung hier und so, das merke ich mir, der ist voll schön. Ja, und jetzt, ich muss das Graffiti sauber machen, irgendwie draußen. Ah, hier. Wo ist denn hier, Graffiti? Hier. Wo ist denn noch, Graffiti? Oh, wir haben hier sogar einen Snack-Automaten, wie schön. Okay, wir sind fertig. Ein neuer Kunde. Kommen Sie rein, Sir. Kommen Sie in meinen schönen Laden. Ach! Ist das nicht der Brief von eben? Ist das nicht der Brief von... Was möchten Sie für einen Film, Hamster? Einen Schmuddel-Film? Einen Schmuddel-Film! Rico, mit drei Monaten im Voraus, küsst dein Herz zu deinem Sub. Kuss, 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 kuss. Küsst dein Herz, Alter. Kuss, 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 kuss. Das schafft hier in 5 Sekunden. So, mal abchecken was der Brie will. Hast du 2 Filme genommen, Lan? Schau mal hier sind überall Fliegen jetzt, ja. Oh, der nimmt alle Filme. Bro nimmt 100 Filme, Lan, der macht Marathon oder so. Komm, 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 komm. Komm her, komm her. Habt ihr gesagt, bei Erster Lohn, du hast es gesagt, Rico. Er holt die Clowns Pfann. Please, I want to rent this tape. What a bad smell is here. It's 5$ Sir, I'm sorry, a customer used the bathroom and clogged the toilet. Customer right, here is the money, good night. Danke. Der hat mir nicht geglaubt, der dachte, ich hab die voll gekackt. Habt die ganze Zeit auf YouTube geguckt, nach neuen Videos. Morgen kommt ein neues. Warum ist der so ein Wussachlan? Heuchler, hau mal ab. Ja, ich hab doch jetzt alles gemacht, was auf dieser Liste stand. Warte ich jetzt einfach nur? Auf Wiedersehen, Sir. Wie will der hier rausfahren? Ah, fährt er nach rechts? Ah ja, ok. Ciao, Sir. Da kommt ein neuer Kunde direkt. Ok, ok. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie rein. Ok. So Sir, wie kann ich Ihnen helfen? Schmuddelfilm? Ja. Brauchen Sie wieder Haram-Filme, ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Brauchen Sie einen Haram-Film einfach. Ok. Und was ist noch so, Sir? Mhm. Mhm, mhm. Ich hab' den Laden ist berühmt, ja. Behindert, gell? Mein Laden läuft richtig gut. Kommen Sie, Sir. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ich geb' Ihnen einen Film. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Poopkiller? Poopkiller? I've never heard of him. I saw it in a paper last night. He looks for people who don't flush. He's a nut with serial mental problems. Chad, der Poopkiller kommt, wenn er kacke riecht. Dann kommt der Poopkiller. Oh mein Gott. This is bizarre. Tomorrow I'll ask someone to unclog the toilet. Take care, my friend. Here's the money, keep the change. Der Poopkiller kommt, wenn er kacke riecht. Ich mach' die Türen alle zu schnell. Tomorrow ist zu spät. Ich glaub' tomorrow ist echt zu spät für mich. Was mach' ich, wenn der Poopkiller kommt? Was soll ich da machen? Was ist das bitte für ein Spiel? Celine, das ist offensichtliche, wahre Kunst. Solche Spiele auf den Markt zu bringen, ist Kunst. Okay, er geht's. Auf Wiedersehen, Sir. Mach' die Tür zu, kann nicht. Wenigstens läuft mein Laden richtig gut. Ich hab' ja Fische, aber die sieht man nur von einer Seite. Ich hab' mal Fischies. So, wo bleibt der Poopkiller? Motherfucker threw shit in my face. Ernst? Wo ist der hingegangen? Da hat er einfach kacke auf mich geworfen. Wo ist der hin? Der hat einfach kacke auf mein Gesicht geworfen. Wer kommt da? In so einem Van? Kommen Sie raus! Was hat er im Gesicht? Ah, Haare. Kommen Sie, Sir, kommen Sie. Hab' ich jetzt so einen Streifen im Gesicht? Wieso ist das kein Spiegel am Ende? Was hat er für Haare? Was ist das für ein Kopf? Was ist das für ein Birnenkopf? Was ist das für ein Birnenkopf? Was ist das für ein Birnenkopf? Schauen wir, wie der aussieht. Okay. I guess. Boah, der sagt jetzt bestimmt, mein Gesicht stinkt nach Scheiße oder so. Ah, ich kann es hier auch zumachen. Kommen Sie, Sir, kommen Sie. Oder, Madam. Alles was auch immer Sie sich identifizieren, kommen Sie her. Okay, mal abchecken. Ist das Scheiße auf deinem Gesicht? Witzig, Michel. Wirklich witzig. Es sind 5 Dollar, bitte, Mann. Okay, hier ist es. Verpiss dich, Michel. Geh, Michel, schau mal deine Haare an, ja. Schau mal, lieber habe ich Kacke im Gesicht als so ein Kopf, du. Und Birnenkopf, Junge. Geh mal weg. Stark, Alan. Boah, ich bekomme bestimmt wieder Besuch jetzt vom Poopkiller. Da kommt jetzt safe wieder, oder? Wo da kommt der Poopkiller jetzt, Chat? 100 Pro. Der wartet bestimmt irgendwo. Ist er in meinem Keller vielleicht? Ne. Zeig dich, Poopkiller. Wo bist du? Sounds like that came from below. Oh, unter mir ist jemand. Poopkiller? Oh. Oh, das ist eine Wege. Okay. Oh, das ist eine Wege. Oh, das ist ein Wege. Oh, das ist eine Wege. Hä? Was kam also doch von hier? Was kam doch aus der Küche? Hoopkiller, zeig dich! Ich kann auch nicht mehr nach oben gehen. Ah doch. Poopkiller! Der hat meinen Laden voll gekalkt. Es reicht, Poopkiller. Zwei Wahlen. Back for your life oder running out. Was machen wir? Machen wir running out oder back for your life? Was heißt running out überhaupt, hä? Was heißt das? Der hat meinen Laden voll gekalkt, dieser Heuchler. Wir machen running out. Wir machen running out. La... 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 Ah, ah... Geisteskrankes Spiel Geisteskrankes Spiel So und jetzt holen wir uns noch kurz das andere Ending, wartet Wir holen uns kurz das andere Ending Was ist Avengers Endgame im Gegensatz zu Pupkiller, du sagst es brah Okay, Andere Ending Back for your life Please do not kill me please Yeah Ja 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 Bruder, er hat mir Turn-On gegeben. 180 Gutshot. 180 Gutshot einfach, ja.